Manola 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 Schau, ist hier schön Super, toll Ganz, ganz toll Hier sehen sie die Cosmetic-Roub Hier habe ich mal von Gästen ein Wortschritt geschenkt. Das indische Ayurveda, da bekommen wir dann das Öl auf den Kopf. Das läuft dann richtig schön ab. Jetzt haben wir den Fitnessplan. Und Matthias, wie gefällt das? Sehr, sehr schön. Das ist sehr groß. Hier sind böse Mücken, sonst nichts. Wir haben immer einen kleinen Kühlschrank mit Wasserflaschen, die man sich einfach immer so nehmen kann. Und hier ist dann? Hier ist dann Pilate. Wobei wir dann eben, wenn wir die Mücken nicht haben, ist auch draußen auf der Wiesemacken. Aber im Moment heute auch drin. Das ist der normale Indochron, der ist kostenfrei. Den kann man gerne nutzen. Ist aber auch schön groß. 25 Meter wird er bestimmt haben, oder? 25 Meter wird er bestimmt haben. Wobei wir letztes Jahr, wo wir unsere drei Tenöre hatten, dann auch hier nochmal ein Event gemacht haben. Dann standen die da so oben in den Balkons drin. Mit super Beleuchtung und so. Darf ich dich mal mit aufnehmen, Kerstin? Ja. Warte mal, dass ich dein Namensschild habe. Ah, okay. Hier können Sie bei Kerstin, sie ist die Entertainmentmanagerin von Salasso. Ah, okay. Hier könnt ihr bei allen Fragen an ihr gehen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Sie spricht perfekt Deutsch. Ich bin Deutsch. Sie ist Deutsche und lebt, wie lange bist du hier? 24 Jahre. 24 Jahre, schön. 24 Jahre. Super. Hier sehen wir den Shoppingcenter. Man kriegt alles, was man mag. Sonnencreme, Aufkleber, Juki, was man mag, was man halt so für Kinder hat. Da Bücher, Toys, hier hinten sind viele. Hier herum kann man sich sogar eine Krone kaufen, wenn man das so denn von oben sehen muss. Unterlass hier. Das ist direkt durch den Shop durch. Und da kommt man dann direkt rein. Ganz herrlich entspannt. Ganz, ganz toll. Was er auch für die Massagen benutzt wird, von dem Aloe Vera. Wir haben ja auch direkt hinter hier bei uns. Die Massagen, wie teuer ungefähr? Ja, es kommt drauf an jetzt was, da gibt es ganz viele verschiedene. Also da gibt es auch bei 30 Euro, finde ich an, eine normale Elixier, die Legs-Massage. Dann gibt es so schon was für 90. Dann gibt es direkte Programme von unserem Inder, von dem Doktor. Der macht auch so was wie Stoffwechselkur dann. Der macht ein Gespräch vorher, was man für Probleme hat. Und dann macht er so bestimmte, eine Diät, sage ich jetzt mal, was man essen kann, was man essen sollte. Und dazu gibt es dann die bestimmte Massage. So typisch Ayurveda dann auch. Oh ja, okay, schön. Also der macht direkt auch ein Vorgespräch, ist auch wirklich Arzt und also... Schön zu zweitmassieren lassen. So toll. Mit Blick aufs Meer und auf den Garten. Raumhaft schön. Ganz, ganz toll gemacht. Und da kann man das alles hier schon nutzen. Kompletten Inder. Super schön gemacht. Wir sind jetzt, dass wir heute in der nächsten 3-7-7-8-8-7-8-8-8-9-8-8-8-8-8-9-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Hier sind die Villen von Mandula. Toll, oder? Ganz toll. Wie gibt es das mit Heilpension oder All-Inklusiv-Premium? Nein, die haben gar nicht so ein Buffet oder so. Aber man kann das, glaube ich, buchen, weil ich weiß, dass Gäste auch drüben zu uns dann abends an das Buffet zum Essen kommen. Also dann praktisch hier und essen dann drüben im Salas. Ah, okay. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.